Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal und heute machen wir mal mit Fairstrand Justin Hoff und Thaimos äh Justin Hoff Bro Pan City Park und ihr seht, beweist, dass ich einen neuen Fernseher bekommen habe so, ich mache jetzt nicht laut und ich bekomme erst leider im Februar die Xbox deswegen, ja Leute aber bin sehr, sehr zufrieden also der Fernseher ist echt 10 von 10, klarerweise ein neuer Fernseher naja, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der Runde mal schauen die, ich kenne das selbst nicht, die Kollegen werden es mir erklären let's go so Leute, wir sehen jetzt hier drinnen wir sind auf jeden Fall Sucher und was müssen wir da genau machen? ok, das ist scheiße und wir müssen die ah ok ah ok Leute, also wir haben jetzt Waffen bei Boom Bogen ist ziemlich kritisch, weil wir können uns selbst auch killen und die Leute verkleiden sich als irgendwas in der ganzen Map also als Getränk oder als Sofa oder als irgendwas halt mit dieser Waffe und wir müssen halt schauen, dass wir die finden und dann im besten Fall auch killen wahrscheinlich wie das ist aber nice, sowas habe ich noch nie gemacht die Burger vielleicht Leute oder das hier oder das hier hast du schon jemanden gefunden? du musst einfach jeden kleinen Becher abchecken das ist so wie viele Runden gehen sich aus? ach so man hat bestimmte Zeit ich werde jetzt mal hier am Rand schauen ich weiß noch nicht genau wie das hier abläuft aber ach so ach so ach so da ist was ach so ich habe mir grad gedacht so Leute ist auf jeden Fall cool also wenn man es das erste Mal macht dann ist der Wow-Effekt immer da mal schauen mal schauen komm jetzt nicht ganz so also zwei Warnschüsse falls die man muss wirklich jedes kleine die Dinge abchecken im Pool sind vielleicht welche als ob ich höre jemanden ich habe jemanden gehört ich habe den einen eliminiert diesen Teil muss oh mein Gott ich habe einfach ein aber warum hast du dich bewegt Bro ach so man hat deine Schritte gehört ok aber könnt ihr mal wirklich privat machen Gedanke aber bisher ist auf jeden Fall nice aber ich wusste doch gleich dass sich irgendwer im Pool versteckt obwohl ich das Pool noch nicht gesehen habe ach egal wir werden hier mal in die Menge schießen vielleicht sind die auch hier so ganz am Rand das kann auch sein so ganz am Rand beim Weg wo man es am wenigsten erwartet wo man es am wenigsten erwartet oder so in den Palmen drin haben wir es nicht geschafft oder schade wo warst du ja wo warst du ja ah ok lol aber sowas habe ich schon geahnt eigentlich da wird da wird niemand schauen das sage ich jetzt natürlich nicht 21.07 21.07 fast nicht mal schauen mal schauen Leute ob sie schaffen wir sehen es dann wieder wenn ich aufgespürt wurde oder halt gewonnen habe mit meinem Team mit nein 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 es beendet es nicht ich mach nur Cut so letzte Minute Leute jetzt ist der Cut vorbei mal schauen wir sehen es mal schauen mal schauen mal schauen Nein! Bro! Aber ich habe mich gar nicht bewegt. Warum hast du mich gehört? So Leute, das war es mit dem kurzen Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein. Euer Bikonche. Ciao, ciao.